willkommen leute zurück bei rising world wir werden weitermachen wo wir in der letzten folge aufgehört haben also weiter ich werde weiter das haus bauen zumindest meine türrahmen und die tür und dann werde ich mich auf die suche machen nach sand was der klicks da so zurzeit veranstaltet davon habe ich echt keinen plan ich sammle eisen ich will nämlich die werkbank zwei machen und da brauche ich eine menge eisen jetzt gucken was es da alles gibt fernseher und so und solche bestimmt ja spiele konsolen switch playstation 10 gibt es dann da schon computer und so internetrouter ich hoffe mal wir können dann auch ein auto kraften das wäre es ja Hm, hm, kein Eisen mehr, doch da. Hm, schön, kein Eisen. Hm. Hm, hm, hm. 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 So, ich hoffe mal, ich habe jetzt erstmal wieder genug Holz. Ich glaube, fünf oder sechs Bäume gefällt oder sieben oder so. Das würde, denke ich, mal reichen. Um einen Türrahmen und eine Tür noch zu machen. Und ich finde hier nur Stein. Okay. Ich habe mich schon etwas reingegraben in den Berge, aber... Okay. Rohstoffe, Holz. Hm, gut, dann. Ich glaube, mal mit 132 Holz kann man schon ein bisschen was anstellen, ne? Ja. Bauelemente, Fensterrahmen. Also auf die Berge zu kommen, ist ja kein Problem. Türen. So. Nein, das will ich nicht. Ich will den da haben und den da haben. So. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Das geht nicht. Der wollte gerade die Wandhalterung nicht platzieren. Okay. Das olympische Feuer. Falls man mal weiter weg ist. Ich hoffe, das Licht sieht man dann. Berge ohne Ende. So. So. Die Hütte ist abgeschlossen. Okay. Überall Fensterrahmen drin, überall Türen drin. Ich finde eigentlich nur noch ein Dach. Los, krass. Ist ja langweilig. Ich glaube, ich gehe nochmal in die andere Richtung. Berge ohne Ende. Au. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen gefallen. Ja, doch vorsichtig gehen. Stück für Stück. Hier ist auch nichts. Doch, da ist noch was. Das ist kein Eisen. Oh. Das ist kein Eisen. Und das ist der Tod. Alter. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Ach man, hier ist nix. Okay. Also Richtung Berge lohnt sich nicht zu gehen. Haben wir noch Fundamente? Also ich habe... Keine. Aber ich kann ne Steine geben. Wär ist nicht schlimm. Hier in der Truhe sind auch noch Steine. Ich brauche noch ein paar Fundamente für die Terrasse. Okay. Kohle. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. aber auch nicht wirklich viel kann man sich dann auch irgendwann schienen bauen wieso wegen eisenbahn ich mag züge ist in schelden ja total so so wie viel eisen habe ich denn jetzt ok 75 reicht nicht mehr du hast nicht zufällig noch eisen inventar ich habe alles im ofen reingeschmissen meine 24 erde erde kein sand hat sich ein bisschen was verändert in der hütte er und auf der terrasse auch guck mich gleich an ich habe auch ein bisschen was neues getraftet mir war mal so mir ist mir mir ist mir mir ist mir mir ist mir Bäh Nächstes Mal gehe ich in die andere Richtung Oh Tüschel Mhm So, schönen guten Tag, ich bin ein Bauarbeiter Ich muss hier mal meinen Jurist aufstellen Ich mach das Ich hoffe mal, sie haben kein Problem damit Ähm, jo So Was ist denn hier, ach so Ne Wollen sie mir zugucken oder Ich steh hier nur rum Ö Ich stell hier, wo ist mein Gerüst hin, also Keine Angst Soll eine Rampe sein Aber man kann hochgehen, ne Ja, hat's noch ein bisschen gedauert Man kommt aber oben rauf, ja Ja, ups Um das Haus jetzt weiter zu bauen Ja Gut Dann kann ich ja die anderen beiden Ding Die anderen drei Dinger Na ja, stell jetzt einfach mal daneben Ja Dann sieht's vielleicht ein bisschen professioneller aus Wenn da mehr Gerüste stehen Wird's nur eine Rampe Brauchst noch nur eine Brauchst noch nur eine Ja, ich weiß Aber so sieht's vielleicht ein bisschen Beschissener aus Ja, ich weiß Äh, es geht eigentlich Wenn man mal guckt So Magst du auch nochmal gucken, komm Gleich Warte Ja Ja Ein 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 Und ich komm nicht Auf die Wand hier rauf Weil ich zu tief bin Jetzt komm ich da rauf Ja Also Sag mal Nee Das wird nicht billig Sag mal Nee Das wird nicht billig Jede Das kann nicht wahr sein Hier Das wird echt nicht billig Ja Okay Ja Ja Sieht ein bisschen professioneller aus Ich weiß nicht Die anderen beiden Dinger sind irgendwie zu niedrig geraten Ich weiß nicht warum Keine Ahnung Ich hab nicht aufgepasst oder so Das war ich nicht Das war schon vorher kaputt Ja Das war schon vorher so Aber kann ich nichts Kann ich auf den Ofen springen? Würde ich nicht tun Ich halt den gleich an Ich weiß nicht ob das so gut kommt Es ist ein Schornstein Ich kann mal durchgucken Halt sie mal an Will ich grad Ich stehe voll im Rauch So Ja da muss ich da ja Muss da ja im Dach irgendwie so ein Schornstein gebaut werden, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich will mal gucken, dass ich denn da oben drüber irgendwie so einen Schornstein, so ein Abluft-Ding hinkriege. Für den Ofen. Du hast ja jetzt aus der Schmiede quasi unser Haus gemacht. Jo. Ist mir egal. So haben die Leute im Mittelalter auch gewohnt. Na, passt. Der Schmied hat auch in seiner Schmiede gewohnt. Ja. Aber nicht zusammen in einem Raum mit dem Ofen gegessen und geschlafen. Ich mag meinen Ofen. Also, lass es. Mein Ofen ist toll. Ich liebe ihn. Anmachen. Ausmachen. Ja, und wie kann ich da jetzt was drauflegen? Das muss ich bestimmt in der Hand nehmen, ne? Wahrscheinlich. Dann give me more meine Axt here, yo. Meine Streit-Axt. Dann geg mal ein bisschen Tiere jagen, hier. Tier, gut. Okay, also nicht. Oh mein Gott, der Tod. Alter. Das ist so gruselig. Ich mein's ehrlich. Stell das jetzt einfach mal da hin. Ist hier eine Berta? Nein. Kann ich Berta einfach mal umbringen? Ich schlachte jetzt einfach mal Berta. Und da stell ich jetzt einfach mal... Oh, ich hab Berta geschlachtet. Wah. Okay. Da stell ich jetzt einfach mal da hin. Ich hab hier... Äh... Kuhfell. Warum hier Kuhfell? Ich weiß nicht. Äh... Gar noch. Okay. Hey du. Hey du. Hey du. Wie benutze ich dich? Hey du. Hey du. Glauben wir? Gibt's hier eigentlich an diesen eilen Teilchen nur... Kies? Gibt's hier auch irgendwo mal einen Sand? Oder so? Ah, hab ich auch schon geguckt. Gib mir her, dein Bacon. Ich habe jetzt Schweinefell... Bacon... und... und... irgendwie... Schinken oder so'n Scheiß. Okay. Hau ich gleich... Hau ich gleich... Hau ich mal... gleich alles auf dem Grill, wa? Jo. Hey. Hey. Miss Piggy, komm her, hey. So, der hatte nur Bacon. Alles klar. Dumm-di-dum-di-dum. Ja. So, dann werde ich mal aufm Rückweg gucken, ob da noch irgendwelche Tiere rumrennen. Äh, wenn du Schafe siehst, ne, dann bringen Wolle mit. Ja, bis jetzt habe ich noch keine gesehen. Ich glaube, die hast du schon alle abgemurkst. Abgemurkst? Ja. Brauchst du nicht abmurksen. Wieso? Du kannst einfach so scheren, obwohl du keine Schere hast. Warum auch immer. Ich habe keine Schere. Ich habe Durst. Hier ist ein Schaf. Und was muss ich jetzt machen? Einfach nur F. F? Kann ich nicht. Ja, dann ist es vielleicht noch nicht so weit. Dann habe ich das vielleicht schon mal gemacht. Ja, das kann sein. Das sieht auch ziemlich kurz geschoren aus. Hm. Kann man diese Ziege eigentlich melken? Ich habe keine Ahnung. Ne, funktioniert nicht. Hast du einen Eimer? Ne, habe ich nicht. Vielleicht nichts daran. Hm. Oh. Oh. Ey. Hier ist ein schwebender Block. Ja, ich weiß. Mit Gras. Wenn du da oben bist. Nein, ich bin hier zwischen unseren Anfängen und meiner Mine. Dazwischen bin ich. Bin nämlich schon wieder auf dem Rückweg, weil ich den Grill anschmeiß. Ist eine Tomatenpflanze, die hat, äh, ja, schon wieder Früchte dran. Kannst du aber nicht geben, ja, so jetzt bei dir. Hast du schon irgendwo Hanf gesehen? Hanf? Ja. Du willst einen rauchen, oder? Ne, ha, ha, nein. Ich brauche Hanffasern. Hanf, ne, Hanfblätter. Für Hanffasern. Okay, ich habe gedacht, du willst einen rauchen. Kann ein Zelt machen. Ich brauche jetzt auf jeden Fall acht Steaks und ein, ja, ich weiß nicht, sind das Rippchen? Keine Ahnung. Ähm, Inventor. Ich schnapp mir mal meine acht Steaks. Ich spinne beide rum. Nehm die mal in die Hand. Kann ich die hier ruflegen? Oder muss ich die mit rechts ruflegen? Wuhu. Kiki, komm mal her. Warte. Wir grillen heute. Guck dir das an. Wuhu. Warte. Boah, jetzt ein Bier. Wir grillen dir heute. Wie drehen die überhaupt um? Äh, keine Ahnung. Ich glaube mal, die werden nach, die werden, glaube ich, von beiden Seiten fertig, ne? Mach dir den Kopf, du bist heute grillen, Weißer. Ich habe Durst. Dann hol dir was. Oder hast du schon ein Bier fast gecraftet? Nein, ich kann Fässer craften, aber keine Bier. Wie das aussieht, ne? Ach, du kannst dich drehen. Okay. Ich kann alles. Ich muss hier weiter grillen. Hm. Äh. Jetzt muss ich nochmal hier ans Feuer ran, weil ich hab hier noch so, ne? So, so, mal so. Oh. Alter, das geht. Ja, guck mal. Mit dem scheiß Fleisch geht das. Mit welchem Fleisch? Hier, guck mal, guck mal, guck mal zum Feuer. Wo ich gerade bin. Komme. Hier sind doch diese ollen Spieße. Ja. Und bei dem anderen? Ne, da will ich gleich das andere Ding dran hängen. Okay. Von dem Schwein. Also ich hab... Hast du da jetzt noch einen Spieß frei? Nein. Nö. Schade. Ich wollte versuchen... Ich hab ja auch noch ein Steak. Ich wollte versuchen, da eine Kartoffel raufzuklatschen. Jo, ich hab hier fette Rippchen, die kann ich da raufklatschen. Hm. Auf den Grillspieß. Da, kannst gucken, komm. Hängt drauf. Die Rippchen oder was das sind. Huh. Ja. Na siehste, geht doch voran hier. Mit Essen. Hast du das in deine Tasche rumgetragen? Was? Hast du das in deine Tasche rumgetragen? Was? Das Essen? Ja. Ja? I. Sind jetzt rüsselndranne? Ich hab mich gewaschen vorher, ja. Ja. Wie lange hast du die Sachen schon an? Ich war gerade vorhin baden. Okay. Ich vertrau dir. Muss man das Ding jetzt hier noch anschmeißen? Oder wie läuft das? An. Kein Plan. Anmachen. Anmachen. Ausmachen. Anmachen. Ausmachen. Anmachen. Ausmachen. Hä? Und wie? Jetzt ist es aus. Oder wenn es nicht mehr qualmt? Ja. Und wenn es qualmt, dann ist es an. Würde ich mal sagen. So. Ne. Ey, wir haben da einen Webstuhl. Ja, wohl. Womit haben wir ja einen Webstuhl. Soll ich nicht. Kann ich jetzt eigentlich hier... Ich will mal hoffen, dass der Steak gleich fertig ist und dass ich mal gucken kann, ob der Bacon da drauf passt. Was schmeißt du mir denn hier vor die Füße? Was soll ich mit Verbände? Happy Halloween! Kannst dein Haus einwickeln. Soll ich jetzt Mumie spielen hier? Ja, toll. Du bist noch nicht am Bluten. Muss ich dann doch meine Kartoffeln fressen, ohne dass das Fleisch fährt. Weiß ich nicht, sieh noch ziemlich roh aus. Aber du könntest höchstens auf den anderen Dingern mal gucken. Ich hab jetzt meine Melone gefuttert. Auf den anderen Feuerdingern da. Ähm... Nö, sieht noch nicht gut aus. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem Schweinefell und dem Kuhfell? Warte. Soll ich dir gleich? Ja, ist gut. Ziege. Daraus wird ja Leder, oder nicht? Ja, da brauch ich aber erst mal die, äh... Gere-Gestell. Und für euch aber erst mal 16 Holz. Stoff. Camping, ein Zelt können wir craften. Ja. Ich muss mir auch erst mal umgucken hier. Wart es hier mit diesem Webstuhl hier, diese Dinge, oder gehört das alles zusammen hier? Nö, nee, da musst du denn Wolle haben. Oder Baumwolle. Okay. Und dann machst du dir da eine Garnrolle raus. 16 Holz. Woo! Komm mal her hier. Das Fleisch? Das Fleisch sieht schon annehmbar aus. Woo! Oh, kann man das schon essen? Ist es genießbar? Erst mal. Alter. Und? Hammergeil. Ich will auch eins. Ich nehm mir noch eins. Du darfst dir das zweite Nei auch noch runternehmen. Mhm. So, wie sieht's hier aus? Auch Holz. Nee, das dauert noch ein bisschen. Woo! Es ist fertig. Ich hab da noch ein rohes Steak irgendwo. Ja, hier, komm her. Das kann auch mit auf den Grill rufen. Halt Maul! Die Ziegen nervt, ne? Ja, die nervt irgendwie. Kann das sein, dass die da irgendwie festhängt? Kann sein, ja. Gibt Ziegenfleisch. Ach. Das ist unser Muskott hier. Nee, das Fleisch kommt auf den Grill. So, warum hast du das andere Fleisch nicht noch runtergenommen? Weil das noch nicht gut war. Jetzt hab ich's mir runtergenommen. Und hier am Feuer hängt auch noch eins. Und am Grill hängt auch noch eins. Das am Feuer ist fertig. Mhm. Also dieses Steak. Ja. Ich gucke mal, was die Rippchen machen. Ey, ich wollte grad sagen, wo sind die Rippchen hin? Die sehen noch ziemlich roh aus. Ähm, ja, ich wollte gucken nach dem Bacon. Ob ich den einfach so auf den Grill schmeißen kann. Ja, den Bacon kann ich anscheinend auch so auf den Grill schmeißen. Woohoo. Und mehr passt nicht drauf. Hm. Hitten beim anderen Feuer ist noch ein Steak, ne? Okay. Gut. Das geht auch nicht. Ist nix mit, äh, 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 ähm, Bratkartoffeln oder so. Hm. Oder Bratapfel. Weil wir Brat, Maxi Grillen. Senkt die Stimmung an. Hm. Ist das jetzt endlich mal fertig hier? Das sieht nur so roh aus. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hast du noch Steine? Okay, ja. Ja, siehste, ne, mach ich fix selber, bevor ich nach oben gehe. Schnapp ich mir noch ein paar Steine und crafte mir noch ein paar Böden. Äh, paar Wände. Hm. Oder was soll ich jetzt als Boden nehmen für oben? Für oben? Ja, als Deckel, sozusagen. Holz? Holz. Aber dann mussten wir ja so viel Holz sammeln. ja mit steigen geht doch viel einfacher haben wir doch auf vorrat kann ich da nicht einfach irgendein schicken stein fußbogen auswählen und den dann daran klatschen könntest du kann ich nicht nur mache ich auch weil wir so schön vier stein haben kein bock jetzt noch wieder holz zu sammeln weißt du wie weit wir mittlerweile rennen müssen um holz zu sammeln wenn die bäume hier vorne nicht wachsen wollen halt maul entschuldigung nicht du pflaster stein leben marmor holz blöcke holzplanken ich glaube die zeit ist schon wieder um dann fließen wenn der klickster das sagt dann wird das wohl so sein leuchte denke wir sehen uns dann in der nächsten folge würde ich sagen und ja machen dann an der gleichen stelle weiter machen wir stehen geblieben sind vielleicht schon bis dann endlich die werkbank zu bauen ne gut leute haut rein und tschüssi